. Ich weiß nicht, ob es wirklich zu weit ist oder drüben, ich weiß nicht. Richtig. Sehr gut. Das habe ich gar nicht geklärt bekommen. Ich habe den noch nicht gesehen. Ich dachte das wäre eine Leiche, ne? Du wolltest rausrennen, oder? Du wolltest rausrennen, oder? Ja, ich wollte rausrennen. Oh man, ich dachte das wäre eine Leiche in der Ecke. Ah, herrlich. Konade! Hä? Von wo denn? Von wo denn? Allgemein wird eine Frage. Okay, das ist Mira. Okay, da kann man durchwerfen. Scheiße! Ich bin hinter dir, Mira. Ja, das ist gut. Da kommt eventuell gleich hin. Oder auch nicht. Oder wo? Oder vielleicht. Oh, das klappt. Da ist ein Mira-Bankster. Hm. Hm. Okay. Ich glaube von da hinten kommt was. Ich sage dir aber nochmal Bescheid. Auf dem Balkon ist nur einer draußen. Echt? Echt? Auf dem Balkon. Aquarium. Aquarium. Balkon. Ach so. Versaucht durch, wenn du ganz langen Winkel dahin hast. Du fährst auf. Tatsache. Fünf. 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 Ah. Aquarium. Fünf. Ach so. Scheiße. Aquarium. Sehr gut. Na ja. So. Ich hab grad schlecht einschätzen, ob's unten oben ist. Warum? Ah. Ah. Glass haben sie. Dorthin, Digga. Was? Ah, Ram. Ah, sie haben ein Glass. Echt? 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 Wer hat meine Planten die auf B gerade? Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Ich muss kurz daran meinen, ich habe nicht. Aber auf B kommt doch. Oh, so. Oh, so. Oh, so. Ich hab den neuen. Ja, ich hab Ash und Dokebi. Oh Gott, oh Gott. Yo. Ja, wir beide machen's, ne? Ja. So, jetzt sollten wir uns vielleicht mal auf die neuen Operator nochmal probieren. Habe ich ein Glück. Äh, können. Hier möglichst ein Twitch. Vielleicht spielen wir noch eine. Ich kann mal, glaub ich... Ich weiß nicht, ob ich gleich schlafen gehe. Aber ich kann mal für ein bisschen mehr Ruhe. So, wie spielst du noch eine Runde danach? Unlässt, unlässt, unlässt. Du fühlst das Ende. Oh-oh. Töne, dein Stewart. In einer Position. W kabine. Auch. Oh-oh. Ich wurde auf dich. Oh-oh. Ich bin auf dich. Oh-oh. Du bist für heute. Oh-oh. Oh-oh. Du bist für heute. Einer ist im Bedroom, AKP Tau. Eieieie, jetzt sind wieder alles durch. So viel beeilt. Habt ihr ein Problem? Was war denn das? Im Bedroom noch da. Stoppen, stoppen, nicht weiter. Im Bedroom. Die haben die Geisel, die Jungs, ne? Was macht ihr? Hä, wo ist denn jetzt hier, was, hallo? Das war gerade alles... Also einer ist noch im Schlaf, komm mal. Das war ja gerade alles viel zu komisch. Das war ja gerade alles viel zu komisch. Ja, ich hätte Schatz kassiert das nicht. Ja, gut. Klasse, wir haben es einen Platz. Einer ist im Schlachtzimmerbereich, der kommt jetzt, Alex, links von dir. Richtung Osten. Ist es? Da ist ein Platz. Pass auf, wie du da liegst. Hier fliegst du doch noch eher im Schussfeld, Alex. Ja, was soll ich machen? Dich im besten Fall nicht hinlegen. Sind bei dir am Fenster welcher, Alex? Rechts von dir? Ja, flieg am Fenster und töte ihn. Flieg am Fenster. Da, da, da. Los! Ja! Alter! Auf wer war das jetzt bezogen? Boah, das war auch... Alex, ganz erzählt. So, ich hab mit dem da echt Probleme gehabt gerade. Hey, Alex hört einmal auf mich und hat drei Kills. Siehst du? Alex, du hast mein Leben gerettet. Du hast mein Leben gerettet. Alter. Ja, siehst du, Mario. Hier am Fenster. Ja, ich will das nicht schütteln. Oh, du wirst das halt. Under weiss du. ô, Alex. Nicht picken, Alex. Nicht picken, Alex. Wir safe. Wartung, da er ist weg. Nööööö, ne. Bitte safe, Ben. HÄÄÄÄÄÄÄÄÄsch. Bitte, Alex. Siegen? Hey, hier hat mich schon ein Rass. Ach, hier doch ein Rass. Ich hab Nexpears. Ich hab 17 Rass. Ich hab 17 Rass. Fehler nicht gehabt. Ja, wir kriegen 4 da. Ja, dann brauchen wir ein gutes Mess, ne? Das Problem ist nicht... Einen hab hier noch. Nein, das ist ein Scheiß. Boah, I've got you in my sight. Und nicht mehr tot. Links am Fenster. War im? Ja, im Raum. Zwei Leute pushen mich. Castle und Cavera. Schuss. 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 Cavera da vor mir. Räger auch noch? Ja, ich hab einen bei mir. Ja. Da... Da... Schuss. Räger noch da hinten. Ich hab einen. Ja, kill this bitch. Am Palette. Hab ich einfach gemacht. D3, ähm... Zip ist da. Oben. Ist hier. Na, ich seh ihn nicht mehr. Fack. Ist nach links gemoved. Auf dem Bock und Trot. Ja, ja. Hinten. Hier, hier, hier. Go. Dreck vor mir. Äh... Ich versuch's zu planten. Ich... Ich decke. Nehm ich ihn einfach messen. Ich dachte kurz, jetzt hab ich's verkackt. Aber jetzt war... Sie hat mich gebaitet, weißt du? Sie guckt weg. Das baitet mich. Verstehst du? Der war links in dem Baum. Das war Ash. Wie gesagt, in diesem kleinen Raum war Maverick. Er hat einen HP. Also... Schlaf mich. Das war Ash. Wie gesagt, in diesem kleinen Raum war Maverick. Wie war's der Maestro? Wie war's der Maestro? Weiß ich nicht. Äh... Ding Stations Maverick macht unten Garage auf. Ja. Ah, das will er wahrscheinlich sagen. Mein Gott, be careful Garage. Du kannst rechts neben dem Schneemobil. Also hinter dem Schneemobil. Direkt hier links neben mir. Ist drin. Ich glaub in... Was sind das? A oder B? Ja, da ist auch eine Drohne. Ja, da ist auch eine Drohne. Blackburn. Alter, Blackburn ist schon nix tot. Ich aße das hier gerade. Ich habe nur noch Maverick. Nein, doch. Ja, er ist tot. Okay. Komm, den Assist müssen wir geben. Ich bin noch nicht hoch. Aber du hast den Defuser. Bandit. Boah, halt die Fresse. Just focus on the Defuser, Jack. Bitte, shut up. Ich muss mich konzentrieren. Okay. Sorry. Oh, wie ist das ein A's? Alter. Was ist das denn für ein... Meine Güte. Das ist ein korte Text. Oh, oh, outside Garage. Ich baller die ganze Zeit auf den. Aber übrigens. Er ist draußen von der Garage. Ja, genau. Deswegen hab ich auch Leben verloren. Ah. Idiot. Ey, Leute. Ich hab den besten Spot bald gekommen. Das ist Wade Dog. Und? Habs. Bestes. Was ist vorhin so? Now you can jump out. I have a cam outside. Und was do you actually mach? Keine Ahnung, ich versuch grad dem Doc das Spiel beizubringen. Cool. Denn du Stück Scheiße. Wieso hast du kein Falschhaben? Bist du vielleicht einer der drei Romer? Ich möchte hier oben aushelfen. Achtung! Ying. Ying. Ying bei den Treppen. Ying Treppen. Welche Treppen? Red? Ja, Red. Westen. Ja, Red. Die sind rot. Ja. Ja, genau. Ash. White stairs. Easy. Merke ich mich. Wo ist der Fall? Wo mich drum? Äh, Verhörer. Was der... What the... Was der Fall war super? Top Doofen. Top. Wie läuft denn das? Was ist passiert? Ich hab's leider nicht gesehen. Ist das eine Pistole? Ja. Die gibt's im Top Gun. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runter nehmen? Mario, sag einfach Ja oder Nein. Äh, Ja. Ja. Ach so, darfst du ruhen doch. So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja. Tankverbot ist am Start. Zauern. Komm. Die Achterwanne geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Däm, 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 Däm. Ähm. Du bist so klein. Däm, Däm! Däm! Däm. Däm! 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 Oh, mein Gott! Däm! Däm! Däm!